Musik ich gebe dir meine verbände musst du nur klein machen ich sehe mal wieder meine leiche nicht weil ich deine leiche kurz zündern ja bitte ich will nicht dass er mich sieht oh ja hast jetzt erst bemerkt oder was ich hab da ganz alt das halten das straffung machen auch hier besitzen nicht und sie ist meine leiche ich versuche dich gerade dann fliegs jetzt noch mal nackig dreht sich wieder vorsicht ich habe es gehört jetzt schon mal das meiste angezogen leider genau das reparatur ist aber nicht dabei das nicht mehr ich binивал hier 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 Machen wir ein paar Stoffbündel, ne? Jaja So, die Säge passt rein, ich muss den Moment erst mal reparieren Stoffbündel habe ich geschafft, 3 Stück Ja, hast du erst mal wieder genug Dann darf ich nicht wieder den Rucksack vergessen Ich tue die bei mir rein, erstmal den Wen? Die Bündel, oder? Ja klar, tu sie rein Falsch Aufwand, Gebäude darüber Das ist er, dann nehme ich Stoffe Ja Hallo Ätzend ey Ja, diesen Punkt zu finden, wo der auf die Tür reagiert, ne? Das ist immer herzend Das ist immer herzend Und halt wann das fingerlose ja die nehmen um die fingerlose dann hast du mehr gefühl beim schlösser knacken wir waren nix drin aber wir waren nur werkzeuge und so welche richtung müssen wir jetzt ja gegenüber sind backen jetzt aber gerade nicht zeit zum trinken ich auch mag ja wollen jetzt um jetzt eine baracke gegenüber geht wieder zur straße da waren wir schon da waren wir nicht kommt der schweine ass schon wieder zurück gestartet ist die straße hoch grad los rennen dreht er sich wieder hin jetzt wieder zu dir mehr ja hat so die richtung jetzt geht die straße das außen die kisten hast schon denke ich mal hier vorne die an der ecke ok was jetzt auch nicht aber dann weiß ich wenigstens dass wir die noch müssen also ich bin im zweiten jetzt lecker süppchen spaghetti letzter zeit finde ich immer essen ich weiß auch nicht wann das liegt aber du immer hunger hast scheinbar scheint so ne so 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 okay da hatte ich aber ein anderer gesehen da hatte ich ein anderer gesehen da sind die kisten an der ecke gemacht ich wollte ja gerade der rucksack liegt hier noch im ersten habe ich schon mal der zweite auch und wieder mal kurz dorthin macht das bescheid ein bisschen runde ringerpitz wird anfassen problemmäßig blut ich komme noch zu mir okay ich bin nebenan rein dank wird gemacht danke dirk ich glaube hier waren irgendwo klamotten die kann ich verschneiden hier zum beispiel hier 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 messe legen, weil die gehen nicht hoch. Ja, die sind für den Arsch. Die sind glaube ich nur für Personen, wenn die drauf treten, sonst kannst du die vergessen. Ja, aber wozu ist das denn da? Weiß ich nicht. Mein Schussweste hat nur noch 4%. Ich muss was essen, sehe ich gerade. Das passt ja. Dann nehme ich jetzt den letzten, ne? Also ich habe jetzt einfach mal die Mine gesetzt, aber... Ich hoffe, die Tür ist zu bei dir. Nein. Gut. Aber draußen läuft jetzt noch ein Formierung, ne? Okay. Ich habe leider nicht getroffen, ich wollte. Ich mache jetzt gleich die Türe auf und dann... Ich hoffe, da kommt wieder ein Zombie. Du bist hier durch? Nein, der gerade ist fein. Achso, okay. Du hast einen Rucksack draußen liegen lassen. Ich weiß? Dein Rucksack. Ja, ich weiß. Achso, ich weiß. Ich weiß, ich konnte ja nicht mitnehmen. Ja, der hat sich voll verstanden. Ja, genau. wieder Das ist noch ein Rucksack. schon wieder was zu essen gefunden dann aber keine lustige reste leider nicht perfekt gewesen hier daneben sind noch für häuschen und das hat man ja das da unten haben wir ja nur nicht das ganz unten am meer das haben wir noch nicht weiß ich ob der der zaun hier eine lücke hat dass wir nach rüber rutschen können ja da ist eine aber ich weiß nicht ich glaube das steht genau das haus davor ein stückchen weiter davor ist aber noch eine lücke oder der mich ist gerade da jetzt müssen wir gehen ich glaube passt noch hier achtet er mich ist gerade hier es ist ja der kommt in unsere richtung der kommt in unsere richtung warum auch immer ich weiß nicht warum mal hier gekommen ist der ganze unmöglich gesehen haben ich bin im haus ich weiß nicht den er jetzt gesehen hat ich warum hinterher die pistole nicht der sack nein die waffe ist leer alter nimm doch sniper du flüchtest für den blöden platz finden wo ich mich wecken kann wir sind nirgendwo kalium jodpillen habe ich immerhin gefunden wer hat mir ein paar eben okay wer hat dich jetzt gesehen was in dem atm haus das einzige haus von mir okay ich bin jetzt im atm gut das ist aber nur ein sack mehl drin super ist ja voll gelohnt es ist ja voll hat dich gesehen? ich weiß es nicht doch, ich aber naja, hat dich gesehen, geh doch in deine Richtung so da ist eine Runde mal zusammengesteckt aber du bist es auf der anderen Seite, ne? ich bin in dem anderen Haus, ja ne, danke wo ist er jetzt? ja, wieder hinten rum gut, dann sind wir eigentlich durch ganz hinten ist noch ein Haus mäh mäh ich wäre grad verbreit weisen ja noch ein Loch im Zaun, ja gerade zu dir zu kommen ist eine schießbahn da bin ich jetzt gerade ich guck mal ob ich dir helfen kann ich komme hier nicht mal hoch ist nämlich so eine betonwand die quasi die schießbahn von den von deinem teil wo du bist abgrenzt kommt nicht hoch die türen auf immer gerade eine stelle wo ich durchkommen kann ich ja mal drauf schießen das komplett drum herum laufen dauert eine sekunde war längst an der schießbahnort nichts da oder ich habe noch nicht gesucht ich dachte ich gehe weiter durchsuchen ok ja bei dir ich bin hier scheint nichts zu sein aber auf der anderen seite mit sicherheit die stände sind aber fast keine ausdauer mehr sollte nicht so schnell machen sagt heute auch nicht machen in verletzter ich bin so stark verletzt endlich noch mal an der stelle die folge und sagt es dann problem immer und